So, willkommen zu meinem Mod Review und in diesem zeige ich euch den Better Dungeons Mod, der bewirkt, dass ihr neue Mobs im Spiel habt, so Skelette, die Diamantenrüstung tragen und so und es werden Häuser schon generiert mit dem Mod. Dort könnt ihr dann Kisten finden oder Ähnliches halt. Als erstes lautet ihr euch den Mod runter, Minecraft Forum, Link packe ich in die Beschreibung und dann downloadet ihr das halt, Mediafire und dann Installation, habt ihr Windows und R. Kommt hier ein Ausführenfenster, dann Prozent App Data Prozent, okay, kommt hier ein Roaming Ordner, Punkt Minecraft. Und hier brauchen wir dann Better Dungeons, dieses hier und die zwei Dateien ziehen wir hier rein. Einfach hier in den Punkt Minecraft Ordner, nicht in BIN oder sonst irgendwas, einfach da reinziehen, zwei beide Dateien. Und dann, wenn ihr das installiert habt, könnt ihr Minecraft starten und dann werdet ihr bald ein solches Haus sehen. Das zeige ich euch jetzt dann und wir sehen uns gleich im Game. So und jetzt sind wir hier, neue Welt. Und jetzt wird sie generiert und wir werden eigentlich gleich auf so einen Dungeon stoßen. So und jetzt wird sie hier, neue Welt, neue Welt zu beenden. Die hier sind auch. Kommt auch mit der Mod? hier so was hier das ist ein spezieller baum und dann können wir hier mal reingehen und Skelett mit Rüstung habt ihr das gesehen Damage und Fly so und dann noch das hier so dann dann gehts hier runter und hier gehts drauf nach oben gucken da hat sie überall solche Truhen hier raus in den farm ja naja so und das eine Skelett hat jetzt einen Eisenbarn getroppt hier haben wir Melonen Brewing Stand und so zwei Wasser ähm Kessel so nach unten und dann sind das halt so riesige Dungeons und genau hier die Skelette mit Diamantrüstung auch auch ich hoffe ich habe die falsche Taste gekommen nicht so schlimm schon wieder an Eisenbahnen manchmal trocken sie auch Diamanten also die hier trocken trocken manchmal Diamanten so habt ihr es gesehen und hier einen Diamanten getroppt und jetzt dass ich nicht so alles durch durchlaufen muss so so ähm naja so Text einzugehen und hier das sind diese Dungeons und sie sind ihr seht eigentlich noch recht groß jetzt geht es mal wieder nach oben so ah Melonen äh ja Melonen so und zwei so sie gepflanzt hier das